Internet Speedrun. Die drei gefährlichsten Städte in Deutschland. Sind aktuell Hannover, Berlin und Frankfurt. Darf ich eigentlich das Handy von meinem Partner oder meiner Partnerin durchsuchen? Nur mit Erlaubnis, ansonsten machst du dich strafbar. Das ist das schrecklichste Musikinstrument der Geschichte. Und wenn ihr den Klang hört, dann wisst ihr auch warum. Die Rede ist von der sogenannten Carnix und die klingt so. Fingernägel Gold, steh auf Bling, Bling. Ups, falscher Clip. Welche sind Deutschlands beliebtesten Sehenswürdigkeiten? Laut deutscher Tourismuszentrale die Erdinger Therme, die Stadt Hamburg, der Schwarzwald, Berlin, Schloss Neuschwanstein, der Nürburgring, Rotenburg ob der Tauber, das Phantasialand Brühl, das Miniaturwunderland in Hamburg und der Europapark Rust. Wo liegt der meiste Schnee auf der Welt? In den japanischen Alpen. Ringels verliert gerade tausende Kunden und hier ist der Grund. In den Dingern steckt jetzt die Zutat Süßmolkepulver und Leute mit Laktoseintoleranz und Veganer sind deshalb tierisch angefressen. Wisst ihr, was sogenannte Penetrationstests sind? Ich glaube schon. Nein, eigentlich nicht.